Bei der Disney-Aktie, da kommt Bewegung in den Chart. Zwar sind die Fundamentaldaten immer noch im operativen Geschäft mehr als mau, doch der Verkauf der Kabelsparte könnte hier etwas Impulse liefern. Im Chart sind zumindest erste positive Anzeichen zu sehen. Mehr dazu gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tippchecker. Und der Chart bei der Disney sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das ist auf Stundenbasis der Chart der letzten Tage und der sieht zumindest beachtlich aus. Wenn wir das Ganze nochmal umschalten auf Tagesbasis, dann sehen wir es hier. Wir haben die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage grüne Kerzen. Und das ist in der Regel ein bullisches Signal. Und noch stärker wird es, wenn man sich das Ganze auf Wochensicht anschaut. Auf Wochensicht sehen wir in der Disney hier eine Umkehr und dann eine starke grüne Wochenkerze. Das sind amerikanische Kursdaten. Deswegen heute Morgen oder heute Mittag am Montag hier noch die Wochenkerze von der Vorwoche. Und wenn jetzt hier die Entwicklung sich fortschreiben lässt und wir vielleicht auch über diesen Abwärtstrend hinweg kämen, dann könnte noch etwas Potenzial entstehen. Was ist los bei Disney? Es geht im Endeffekt darum, dass die Fundamentaldaten in der Aktie eigentlich gar nicht so gut aussehen. Das Unternehmen selber hat sich in so eine blöde Situation gebracht, hat alles auf Streaming gesetzt, hat die anderen Geschäftsbereiche eher vernachlässigt. Und Streaming kostet weiterhin Geld und bringt derzeit keine nennenswerten Gewinne. Die Einnahmen aus dem Kabelfernsehen gehen kontinuierlich zurück. Filmerfolge sind auch zwar beachtlich, aber keine Rekorde. Und es gibt einen Streik bei den Schauspielern und Drehbuchautoren. Und dieser Streik kommt langsam auch in der Pipeline der Filmproduktion an und belastet hier. Denn es geht im Kern darum, dass das geistige Eigentum an Sprache, Schrift und auch an den Darstellern gesichert werden soll. Es könnte möglich sein, dass nicht zu allzu ferner Zukunft Drehbücher von der KI geschrieben werden, in dem Stil des bekannten Drehbuchautors. Aber man muss dann nicht mehr so einen hohen Aufwand betreiben. Oder mit der KI spielt man Szenen anders ein. Und man muss Filme nicht neu drehen, man kann sie neu zusammenschneiden. Und so könnten auch verstorbene Schauspieler wieder erwachen und im Film auftreten, um das alles zumindest rechtlich sauber zu machen. Und dass die Schauspieler und die Drehbuchautoren und all diese beteiligten Personen in Hollywood auch in Zukunft ihr Auskommen haben. Darum wird gestreikt. Und ja, da könnte es nun mittlerweile langsam auch etwas enger werden, was die Pipeline, was die Neuproduktion betrifft. Und seit ein paar Tagen gibt es auch Gerüchte, dass die Kabelsparte verkauft werden soll. Die Kabelsparte war über Jahrzehnte lang eines der wichtigsten Absatzkanäle für die Inhalte von Disney. In den USA dominierte ja das Kabelfernsehen. Es gibt viele hundert verschiedene Sender, die unter anderem bei ABC so ein Kabelkanalkonglomerat, wo verschiedene Sender angedockt sind. Und da gibt es bekannte Namen auch wie National Geographic. Und jetzt gab es Gerüchte dazu, dass hier Disney zumindest Vorgespräche führt, um diese Kabelkanalsparte zu verkaufen. Es soll wohl bei Erlösen liegen, bei rund neun Milliarden Dollar. Vor fast 30 Jahren wurde doppelt so viel bezahlt. Aber wahrscheinlich ist in den ganzen 30 Jahren auch sehr viel Werbung reingekommen, sodass das mehr als wieder reingekommen ist, dieser Kaufpreis. Aber die operativen Zahlen sind schwach und das alles hat sich natürlich auch in dem Chart hier wieder gespiegelt. Der Umsatz, der stieg nur einstellig an. Restrukturierung, Wertberichtigungsmaßnahmen kosteten Milliarden, zwar nicht Liquidität, aber Goodwill, das abgeschrieben werden musste. Und dann ist ein Gewinn, ein Verlust ausgewiesen worden. Zwar soll es jetzt im neuen Quartal einen kleinen Gewinn geben, aber grundsätzlich ist die Aktie, was die fundamentalen Daten anbetrifft, auf einer großen Durststrecke unterwegs. Das Umsatzwachstum auch im nächsten Jahr soll eher moderat sein. Und das alles drückt irgendwie auf den Kurs, wenn wir uns das mal anschauen. Eine Disney kommt hier von 200 Dollar und hat sich lange Zeit nach unten bewegt. Und ja, jetzt vor kurzem wurde ein neues Zwischentief gemacht und das dockte auf den Bereich von, ja, um die 80 Dollar an. Und das sind Kurse von, ja, 2020 und zurückgreifend auf 2014. 2014 war hier dieser Bereich und hier ist Corona tief und da sind wir jetzt wieder. Aber wo Schatten ist, ist auch Licht. Es gibt Hoffnung, dass das hier möglicherweise eine gute Umkehr sei. Und dazu habe ich auch einen Bericht von einem Trader gefunden, den wir gerne mal reinschauen. Es geht um den Wieland Aalt, der berichtet täglich oder fast täglich für die Swissquote, berichtet über die Märkte. Und er ist Fan von der Disney und hat heute Morgen die Aktie in den Fokus gerückt. Schauen wir mal rein. Denn Disney finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir hier, ja, ich hatte ja schon angedeutet, hier so ein kleines, ja, so ein kleines Doji-Spinning-Top-Dingens. Der ist eher tatsächlich ein Doji, ein Mikro-Doji, wenn man so will. Aber am Unterstützungsbereich und jetzt formt sich hier ein schöner Morgen. Ihr hört es schon mit Doji, er ist ein Chart-Techniker vor dem Herrn. Er analysiert Aktien nur aus rein chart-technischer Sicht, Bollinger-Bänder, gleitende Durchschnitte, Formationen. Und er schaut vielleicht auch mit einem Auge auf Fundamentaldaten, aber eigentlich liegt das Herz und die Analyse in der Chart-Technik. Und das ist doch eine Geschichte, die ganz interessant ist am Unterstützungsbereich. Und wenn sich das Ganze jetzt hier weiter positiv zeigt, ja, dann sehen wir zumindest mal den Anlauf auf die 90, 90,5. Vielleicht sogar hier auch über das letzte Hoch bei 92,3. Ja, da mag es mal ein bisschen hin und her pendeln. Er sucht immer nach Swing Trades. Also er ist zwar ein Day-Trader, er öffnet und schließt täglich Positionen, aber er sucht auch im Aktienuniversum vor allen Dingen nach Swing Trades. Und hier ist nach seiner Meinung nach die Disney eine Position, in der man in den nächsten Wochen auf eine Aufwärtsstrecke hoffen kann. Es ist zumindest mal eine Chance für Disney, so ein bisschen wieder nach oben zu laufen. Damit ist noch lange nicht eine Trendwende eingeleitet, aber wir sind ja Trader, wir suchen ja eher die Gelegenheit, mal kurzfristig heranzugehen oder mittelfristig auch und mal Schwünge zu nehmen. Und da zeichnet sich ab, dass da ein Schwung entstehen kann, den man gut absichern kann, nämlich unterhalb des Morningstars bei rund 79 Dollar. Also 79 Dollar, da würde er jetzt seinen Stopp hier setzen und wenn man jetzt hier einsteigt, ob direkt in die Aktie oder mit einem CFD oder einem Hebelprodukt, dann müsste man auf jeden Fall in der Aktie bei 79, dem letzten Tief, die Stop-Loss-Marke setzen, um dann in einem Abschwung, der vielleicht im Gesamtmarkt einsetzt, nicht überrascht zu werden. Aber wenn die Aktie zumindest in diesem Szenario diese Unterstützung bei 79 hält, könnte es weiter nach oben gehen. Im großen Bild kann man natürlich auch sagen, buy and hold und man hält die Aktie für länger, dann kann man auf jeden Fall hier schon einsteigen und wenn es nochmal runter geht, auch nochmal nachkaufen. Aber er ist ein Daytrader, ein technisch orientierter Daytrader und dementsprechend agiert er hier mit Sicht auf die Charts. In dem Bereich und dann hat man die Gelegenheit, um einen schönen Schwung zu nehmen, sofern er sich denn einstellt. Ja, das muss man dazu sagen, sofern er sich einstellt. Man hat natürlich auch mal ein gewisses Risiko, aber hier ist das Chance-Risiko relativ überschaubar. Auch wenn der Markt vielleicht die Disney noch nicht so sieht, noch nicht so spielt, so ist diese Entwicklung der Wochenkerzen hier schon mal beschaulich und interessant. Weil, wenn wir das so in den letzten, ja, im Frühjahr zum Beispiel, hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Wochen. Ich mache es ein bisschen größer. 1, 2, 3, 4, 5 grüne Wochenkerzen. Das Ganze auch hier weiter vorn. Hier eine Doji, eine Umkehrformation und dann 1, 2, 3, 4. Und es könnte sich durchaus auch wie hier, 1, 2, 3, dann geht es ein bisschen langsamer voran. Aber zumindest könnte es sich hier bei einer Auffolgebewegung, selbst wenn wir hier nochmal ein bisschen korrigieren und dann uns so ein bisschen schwingen. Und wenn wir dann nochmal diesen kleinen Abwärtstrend überwinden würden, dann wäre schon auch noch Potenzial, um im ersten Schritt so auf das letzte Hoch bei 92 zu gehen. Ja, das ist dann dieser Bereich hier, Entschuldigung, 92, so hier, um dann aber sich in dem Bereich von 100, 105 und vielleicht sogar 112, 115 zu entwickeln. Und das Potenzial ist durchaus real. Börse Online hat hier so eine Liste auf ihrer Website Buy and Hold Forever. Diese Aktien haben immer Potenzial, man sollte sie also immer halten und nicht verkaufen. Und auf dieser Buy and Hold Liste ist die Disney auch drauf. Kursziel 110,8, also ein Aufwärtspotenzial von fast 40%. Das also spricht auch für die Aktie. Wer sich also die Charts anschaut, wer auf den Verkauf des Kabelnetzes spekuliert und wer hier wie der Daytrader diese Chancen erkennt in der Aktie, der sollte sich die Disney anschauen. Ich bin selbst nicht investiert, warte vielleicht auf einen Rücksetzer, aber würde mir dann die Disney auch ins langfristige Depot legen. Eine interessante Sache, wenn es euch gefällt, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wenn ihr einen Aktienwunsch habt, schreibt gerne auch mal in die Kommentare. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.